Der Kunde sagt, er will maximal 308 Späß. Da sind wir ganz gut dabei. Ist jetzt nichts Dramatisches, aber trotzdem ein guter Pump im Passat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Geile Basis, serienmäßig 280 PS Werksangabe. Hat schon eine Downpipe, Turboinlet, blablabla, also schon ein bisschen was gemacht. Bekommt bei uns eine Stage 2 Plus sozusagen. Und ich gebe euch schon mal die Werte. Wir haben Serie 297,9 PS und 367 Newtonmeter. Also ihr seht, ist sehr gut im Futter, liegt aber wahrscheinlich auch an den Hardwareänderungen. So ein Auto fährt knapp ein Bar Ladedruck in der Serie und fährt mit 8 Grad Zündwinkel vor OT. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben also Eingangsfahrt, haben wir für euch natürlich auch gemacht. Kannst du einblenden. Unsere Stage 2 Plus, wir haben drei Anläufe gebraucht, weil ich habe ein paar Sachen mir angeschaut. Fahren jetzt mit 1,45 Bar in Begrenzer, haben 464 Newtonmeter und 374,3 PS. Fahren knapp 10 Grad Zündwinkel vor OT. Der Kunde sagt, er will maximal 308 PS. Da sind wir ganz gut dabei. Sollte so funktionieren als Familienbomber mit knapp 308 PS. Und vom Verlauf her glaube ich auch ganz gut. Und ja, ist jetzt nichts Dramatisches, aber trotzdem ein guter Pump im Passat. Und für euch gibt es jetzt gleich noch die Ausgangsmessung. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch gefallen die kürzeren Videos. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.